Okay, okay, okay. Also erstmal, das ist eine Uhrzeit, die für mich gar nicht der Norm entspricht. Normalerweise seid ihr alle um 8.30 Uhr gewöhnt, meine Videos zu konsumieren und das wird auch weiterhin so sein. Heute war nur eine Ausnahme, weil ich im Bett lag und das Wohlbefinden und der Gesundheitszustand steht über allem. So, Punkt Nummer 2. Heute werden wir über die Solana Chain nochmal sprechen. Ich habe vier Projekte mitgebracht, die werden wir durchgehen, wo ich aktuell jetzt investieren werde. Und drittens, ich habe gestern ein Video gemacht, es ging um die Solana Chain, die für die Leute, die das Video angeschaut haben, ja, es ging um die Aussage, dass es Topf schlagen wie ein Minenfeld und viele Smart Money's mögen ja eher Ethereum und so weiter. Ich habe gestern Abend auch nochmal mit dem lieben Benedikt gesprochen, ein ganz guter Freund aus den alten SafeMoon-Zeiten und er meinte zu mir, hey Hugo, du musst der Solana Chain mal eine Chance geben. So, und irgendwie hat er auch recht. Ich muss dem eine Chance geben. Ich meine ja nur, ja, es ist viel Dump Money im Markt und ich denke mir, ey, wo viel Dump Money ist, da kann ich auch richtig viele Profits generieren und wir geben dem eine Chance. Wir steigen in die Solana Chain ein und ich wünsche dir wie immer viel Spaß hier auf meinem Kanal. Erstmal an dieser Stelle, ich habe gestern dieses Video gemacht, den solltest du dir unbedingt anschauen. Wichtige Erkenntnisse an dieser Stelle. Wir haben auch drei Projekte auch in diesem Video vorgestellt. Zwei Projekte aus der Base-Blockchain, ein Projekt aus der Scroll-Blockchain und viele, viele Rückfragen kamen natürlich auf, wie man eigentlich den Dungeon-Cat auf der Scroll-Blockchain auch kaufen kann. Ich habe natürlich versucht, die einzelnen Fragen so gut wie möglich auch zu erklären, aber ich dachte mir, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, ja, werde ich dir das mal ganz kurz und schnell zeigen, indem wir auf Dungeon-Cat zu sprechen kommen. By the way, seit dem Video gestern hat Dungeon-Cat eine gute Performance, über 30% hingelegt, ist zwar im Meme-Coin-Space ein Fliegenschiss, aber nehmen wir so auf jeden Fall dankend mit. Bevor wir hier irgendwas machen, müssen wir natürlich erstmal den richtigen Contract raussuchen. Dazu gehen wir auf Dex-Tools oder Dex-Screener, wählen auch die Scroll-Blockchain aus und das Erste, was wir tun werden, ist natürlich die Smart-Contract hier raussuchen. Der Dungeon-Cat endet mit der C901. Wichtig, es gibt viele, viele Fakes da draußen. Klicken auf die CA, also den Contract-ID und die zweite Sache ist, wir müssen auch Assets auf die Scroll-Blockchain hinschicken. Dazu gehen wir auf Orbiter Finance. By the way, eines der besten Bridge-Aggregatoren-Anbieter überhaupt. Super günstig, super schnell. Wir wählen natürlich erstmal eine Blockchain aus, wo wir unsere Assets drin haben. Wenn du dort noch keine Assets haben solltest, dann solltest du da hinten Assets hinschicken. Und zwar, indem du auf Bitget gehst. Und nutze gerne meinen Link unten in der Beschreibung. Da schickst du Ethereum auf Arbitrum oder auch auf Base oder auch auf Linea, je nachdem, was halt unterstützt wird. Und von dort aus werden wir dann unsere einzelnen Assets auf die Scroll-Blockchain hin transferieren. Und das geht verdammt schnell. Wichtig, wähle Ethereum aus und dann als Beispiel 1. Und dann kannst du direkt auf Senden klicken und dann wird das direkt auf die Scroll-Blockchain gesendet. Es dauert 10 Sekunden und dann hast du es auf der Scroll-Blockchain. Wenn das der Fall ist, gehst du auf Izumi Finance. Auch Link unten werde ich dir in der Videobeschreibung posten. Und dort trägst du, wenn du Dunjuan Cat nicht sehen kannst, hier auch die Contract-ID ein. Gehst auf Import und dann ist quasi der Coin für dich sichtbar. Und dann wählst du natürlich deine Ethereum aus und swappst das Ganze. Wenn du hierbei Probleme haben solltest, dann gehst du und erhöhst ein bisschen slippage. 2% sollte ausreichen. Im schlimmsten Falle nimmst du 5%. Aber wir sind hier auf einem Markt unterwegs, wo wir sehr wenig Volatilitäten haben. Also das ist jetzt nicht die Solana-Blockchain, wo ich dann mit 5% slippage arbeiten muss. Sondern hier hast du vielleicht alle 5 Minuten eine Transaktion, wenn sogar auch alle 10 Minuten. Und deswegen haben wir hier nicht so viel Volumen und Bewegung, dass wir auf slippage achten müssen. Aber wenn du Probleme hast, dann auf 2% bis auf 5% erhöhen. Und dann klickst du auf Swap. Und dann hast du deine Dunjuan Cat an dieser Stelle. Bei mir ist es 653 Dollar. Ich will ehrlich sein, ich habe hier mit 200 Dollar gestartet. Ich habe aber noch keine Gewinne mitgenommen, weil ich da noch weitere Potenziale an dieser Stelle bei Dunjuan Cat sehe. Und achtet darauf, bei diesem ganzen Vorgang muss auch die Scroll-Blockchain als Netzwerk ausgewählt werden. Über Izumi Finance und dann funktioniert es. Und dann herzlichen Glückwunsch, habt ihr eure Scroll, eure Dunjuan Cats auf der Scroll-Blockchain als Asset soweit. Und genießt natürlich die Fahrt nach oben. Viel Potenzial ist hier noch offen. Spätestens ab dem Punkt, wo auch der Scroll-Airdrop rauskommen wird. Und spätestens ab dem Punkt, wo auch die Airdrops rausgegangen sind. Und die Leute leichtsinniger mit ihrem Geld umgehen, indem sie in solch Meme-Coins investieren. Und dann werdet ihr alle schon dort warten und die Profits nehmen, wenn wir dann auch den hier sehen sollten. Und das wird so auch kommen. Ich bin mir da ziemlich sicher, es war in der Vergangenheit nicht anders. Okay, gut, lass uns mal auf die Solana-Blockchain zu sprechen kommen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe gesagt, Minfell, Topf schlagen und so weiter. Wir haben viel, viel Dump-Money. Wir haben, Wahnsinn, 6 Millionen Transaktionen auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Aber okay, wisst ihr was? Ich will an diesem Markt partizipieren. Ich würde mich mal als Smart Money bezeichnen und verstehe diesen Markt. Gehe nicht mit dem Hype mit. Lasse mich nicht von FOMO leiten. Lasse mich von meinen Strategien leiten. Und bin natürlich demzufolge für mich selber planbar und auch absehbar, ohne dass ich irgendwas Unvoreigengenommenes tun werde. Und deswegen ist mein erster Schritt gewesen, um in dieser Blockchain Fuß zu fassen, erst mal auf Uniswap mich anzumelden. Ich brauche ein Telegram-Bot. Anders geht es hier nicht. Denn ich kann hier nicht mit Radium oder sonst wie arbeiten. Ich brauche ein Telegram-Bot. Wenn es eins gibt, dann nutze ich den auch. Und ich habe mir den Unibot on Solana ausgewählt. Denn als Profi brauchst du hier ein Telegram-Bot, um überhaupt einen Vorteil gegenüber diesem Markt zu bekommen. Habe ich mir soweit organisiert. Und jetzt geht es darum, aus diesem Pool, aus diesem Topf an Shitcoins, aus diesem Topf an Rugpools, aus diesem Topf an Minenfelder, das Projekt auszusuchen, wo ich hier am meisten Potenziale sehe. Und viele würden, jetzt, das ist meine Meinung, muss nicht sein, viele machen es richtig, viele machen es falsch. Aber ich denke mal, die Masse macht es hier falsch. Viele sind sehr, sehr FOMO-gesteuert. Sie hören solche Storys wie Bonk. Sie hören solche Storys wie Dog with Head oder Ponke, wie auch immer. Und wollen an diesem Kuchen ein Stück teilhaben. Ich kann euch eine Sache sagen und das war das, was ich in der Ethereum-Blockchain für mich gelernt habe, in diesem Meme-Coin-Markt. Wenn ein Projekt bereits trendet, dann ist es schon zu spät. Denn bei vielen Projekten, wo ich investiere, da schaue ich, bevor ich mir überhaupt einen Preis anschaue, ob dieses Projekt gerade am Trenden ist. Weil, wenn ich auf ein Projekt aufmerksam werde, der gerade im Trendbereich liegt, wo schon ein hohes Volumen drin steckt, wo schon viel Marktkapitalisierung drin steckt, dann lasse ich lieber die Finger von, weil dann bin ich eigentlich nicht mehr als Exit Liquidity. Und in diesem Markt ist es halt nicht anders. Aber ich habe mir vier Projekte rausgesucht. Eines dieser Projekte ist gerade am Trenden. Aber ich will nur sagen, dass dieses Projekt gerade frisch am Trenden ist. Deswegen lassen wir das so mal durchgehen. Bei dem ersten Projekt handelt es sich um ein Projekt, der noch nicht am Trenden ist. Das ist nämlich Elgato. Elgato ist Spanisch und heißt im übersetzenden Sinne Katze. Und bei Elgato habe ich hier auf verschiedene Metriken geachtet. Erstmal ist es natürlich die Marktkapitalisierung wichtig. Denn wenn wir eine hohe Marktkapitalisierung haben, ist der Sprung nach oben halt nicht so groß, als wenn wir auf einen WAN-Token oder einen Dog with Head zu sprechen kommen. Dann malen sich ja viele Leute immer wieder aus, dass sie da auch ein 1000x bekommen. Dem ist es nicht so. Du musst halt echt weit unten graben und kleinere Projekte mit kleinerer Marktkapitalisierung auch investieren, damit der Sprung nach oben viel höher ist. Ich glaube, wir werden noch einen weiteren Zyklus bei Katzen sehen. Und Elgato ist für mich da auch ein guter Kandidat, der auch einen etwas kleineren Bullrun hinlegen könnte beziehungsweise auch eine Hypephase noch erlangen könnte. Und bevor das Ganze auch abflacht, haben wir in den letzten Zyklen auch gesehen, dass immer wieder es nach einem bestimmten Muster gegangen ist und dann ausgebrochen ist. Ich denke noch, auf der Solana-Blockchain werden wir noch bei solchen Projekten immer wieder kleinere Hypephasen sehen. Und wichtig ist auch als Investor, man muss auch schnell hier unterwegs sein. Denn wenn du hier nicht schnell bist, dann endest du ganz schnell als Exit Liquidity beziehungsweise hast die Möglichkeit und die Chance verpasst, Profits mitzunehmen. Und daher würde ich natürlich empfehlen, auch ein Telegram-Bot zu nutzen, weil dort kannst du direkt Limit-Orders einstellen. Ganz unkompliziert, ohne viel Schnickschnack. Kommen wir zum zweiten Projekt, das ist tatsächlich der Pank-Token. Warum habe ich mich hier für Pank entschieden und warum ist das Ding eigentlich am Trenden? Hugo hatte doch gesagt, dass wir uns eigentlich darauf konzentrieren sollten, dass eben nicht Projekte am Trenden sind und dass sie dann zu spät sind, wenn das Ding am Trenden ist. Aber ich werde hier gegen diese eine Regel darüber hinwegsehen, weil ich hier gute Gründe habe, warum ich auch in einen Pank-Token investieren würde. Also der erste Umstand ist, das Projekt ist relativ frisch und hat auch in kürzester Zeit 60 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung aufgebaut. Es hat bereits einige Listings hinter sich und zwar Polynex und Max-C. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass BitGate weiterhin folgen wird. Das aber ist jetzt nicht der Nonplusultra gewesen, warum ich gesagt habe, dass der Pank-Token soweit interessant ist für mich und mein Portfolio, sondern auch der Umstand, dass wenn wir auf Alphascan soweit unterwegs sind, das by the way ist eine Plattform, 100% Token gated, wo wir einfach über Twitter sehen können, welche Projekte am häufigsten genannt werden, habe ich gesehen, dass Pank-Token ja während des Aufschwungs von sehr, sehr vielen Twitter-Usern genannt worden ist. Und ich gehe davon aus, dass dieser Trend über Twitter dafür sorgen wird, dass wir nicht bei 60 Millionen Marktkapitalisierung bleiben, sondern dass das Ding noch weiter steigen könnte. Ich meine ja nur, es sind hier hochkarätige Solana-Projekte mit dabei, wo auch über Twitter sehr, sehr viel gesprochen wird. Wenn ich mir das hier anschaue, der WAN-Token wird im Durchschnitt nicht häufiger genannt als der Pank-Token. Und das war für mich auch ein Punkt, wo ich auch dieses Wachstum auch als Echo über Twitter gesehen habe, wo ich gesagt habe, ich investiere auf Grundlage dessen auch in den Pank-Token. By the way ist das die Seite Alphascan. Es gab einige Leute, die gesagt haben, ich stelle hier die Seiten nicht vor, auf denen ich unterwegs bin. Ist eine komplett 100%ige Token-Gated-Seite. Ihr braucht Alphascan-Token, das sind 10.000 Stück. Das macht einen Umkehrschuss, ich glaube 1.700 Dollar braucht ihr dafür, um überhaupt diese Website nutzen zu können. Weil ihr müsst eure Wallet verbinden und dann auch das Ganze bestätigen, signieren, dass ihr dann die Token habt. Und dann prüft die Seite, ob ihr wirklich im Besitz dieser Token habt und wird daraufhin euch dann auch den Zugang gewähren. Für mich ist, wie gesagt, der Pank-Token relativ frisch, aber über Twitter schon massiv an Aufmerksamkeit zu generieren. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch ein Pank-Token mit vielen Börsenlistings, mit viel Marketing, mit viel Aufmerksamkeit ebenfalls in die Fußstapfen von DogWithHead treten könnte. Und lasst uns auf ein weiteres Projekt zu sprechen kommen, den ihr auch hier in dieser Oberfläche sehen könnt. Und zwar ist es nämlich MAGA. MAGA ist ein Projekt, den ich über Ethereum kenne, ERC20. Aber ich habe vor kurzem herausgefunden, dass auch MAGA in Form eines Wallhole gebridgten Variante ebenfalls auf Solana zu haben ist. Das sehen wir, indem natürlich auch hier in Klammern Wormhole draufsteht. Das sind quasi Token, die in der Ethereum-Chain gelockt worden sind, mittels Portal-Bridge dann auf Solana hingebridght worden sind. Und so, dass sie nämlich in der Solana-Chain wieder freigegeben sind. Das sind nämlich Wormhole-Coins und orientieren sich auch am Preis von ERC20. Hier sind wir gerade auf der ERC20-Ethereum-Blockchain und mit einer Marktkapitalisierung von 338 Millionen. Jetzt gehen wir zurück in die Solana-Chain und hier sind wir bei 401 Millionen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch der Preis hier Sprünge schlagen könnte, weil nämlich die Gebühren auf Solana viel günstiger sind als auf Ethereum. Und natürlich hat auch MAGA hier eine wunderbare Performance hingelegt. Es ist so banal wie auch genial. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier noch ein 2-3X möglich sein sollte. Sofern viel Geld auch in die Meme-Coins auch mit reinfließt und natürlich auch im echten Leben. Wenn auch dieser Mann hier, den Namen will ich jetzt nicht erwähnen, weil ich keinen Bock habe, ihn überhaupt auf meinem Kanal zu erwähnen. Kann es sein, dass umso mehr in Real Life passiert, dass das Ganze eine Auswirkung auch auf den Preis von MAGA haben kann. Denn das war der Grund, warum wir diesen massiven Aufwärtstrend miterlebt haben. Und ich würde sogar auch behaupten, dass solche Meme-Coins ebenfalls diesen Use Case in Real Life ebenfalls auch bekommen. Wenn jemand im echten Leben wie Elon Musk oder wie auch dieser Mann oder seine Mitfolger, wie auch immer, ja, irgendwelche Publicity betreiben, dass es dort eine Meme-Coin-Variante gibt und dass dieser Meme-Coin dann preislich eine Auswirkung vom echten Leben auf Blockchain und Krypto und auf die Nachfrage haben könnte, haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen, wenn wir auf solche Versionen von Meme-Coins zu sprechen kommen. Ein weiteres Projekt ist tatsächlich ein Selbstläufer. Pepe On Solana ist und sagt der Name eigentlich schon alles aus. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 11 Millionen. Es ist im Wesentlichen sehr, sehr klein dafür, dass es ein Pepe ist. Ich weiß, für viele ist Pepe mittlerweile ausgelutscht, aber für viele wiederum andere ist Pepe eines der Meme-Coin-Projekte. Alleine der Name ist schon gut und viele malen sich hier auch aus, mittels diesem Namen auch Life-Changing-Money zu bekommen. Und das wäre dann auch so meine Vorstellung, wo ich sage, hey, bei einer kleinen Marktkapitalisierung steige ich in dieses Projekt ein, bevor ein Hype ausbricht, denn spätestens dann, wenn der Hype ebenfalls auch da ist, wird hier auch verkauft. Und das Gleiche gilt auch für all diese Projekte, ob für Peng, für Elgato, für Manga, ich vorgestellt habe. Sofern wir einen Hype erleben, dann ist das der beste Zeitpunkt, um auch zu verkaufen. Denn die ganzen Meme-Coin-Projekte sind nichts auf Longtime-Sicht. Vergisst es an dieser Stelle. Das habe ich allzu gut und schmerzhaft erfahren müssen, dass viele Meme-Coin-Projekte nichts auf langfristiger Sicht sind. Entweder nur kurzfristig, im Notfall sogar mittelfristig, aber niemals langfristig. Dafür gibt es viel andere, viel bessere Projekte, die einfach besseren Profit generieren, als Meme-Projekte Longtime zu hoddeln. Aber natürlich ist auch deine Meinung hier wesentlich. Schreib das gerne in die Kommentare. Lass uns da in einen Austausch übergehen. Und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag da draußen. Mach's gut bis dahin. Ciao, ciao.